jo hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme ja let's play together die letzte aufnahme ja seid mal ruhig die letzte aufnahme ist ewig her ja weil wir keine Zeit und ich mal gucken nicht und ich kann gucken ja gut das machen jetzt wie ich der Platz habe und er wird ja wieder auf dem Punkt aus dem unseres Betten mit dem Kopf ist es irgendwo anders du willst jetzt alles mitnehmen die Bündchen könnte man ja rein theoretisch da lassen und das sagen was nicht ganz wichtig ist hier lassen alles mitnehmen das Holz auch das ganze das ganze Ding nicht oder also ich bin voll ich auch ich könnte noch Ofen vertragen und Bretter und Holz und bla ja ich hab mein ganzes in mir Teich leer mein ganzes in mir Teich leer meint sich voll ich baue mir Plasterstein das Holz weg das sind die Hütte aus der Koppel und das war voll schnell macht doch so ja ich hab keinen okay jetzt sortier ich mal aus wie die Gini ist das Haus ab wie kann man wie kann ich was aus aus meinem Inventar schmeißen weil ich mein Inventar äh 1 was muss man tun und schwecken ist dabei war die SES gibt irgendwie so eine Tasche der Kuh die Bühne ein er musste die die um musste er drauf in den Karten jetzt die wir schätzt geteilt jetzt wird das will mit der Dämonik am Anfang ein paar Probleme nach der Ziele was mit dem wir haben die Bistia bezeichnet sich mit dem drinnen dann gibt es noch mehr als ich will wenn er war der Platz er hat sich ohne am anziehen die Stadt ja natürlich die Lernlande welche werden zu 1 5 und ich tue es sich jetzt an mit der mit der Server IP die Lerb auf dem Grunde Prozent warum sind das so viele Steinbruch der Zoll ist jetzt drauf hey wake up Eweger B und es ist ja so viele die haben sich mal wir haben es jetzt mal ich geschafft dass alle da sind e aber warum sind das ja der Köln Kamport weiß in der Ostsee und das hätte ich mir zu merken können kann ich mir nicht auswendig sein doch kann ich dir Prozent Juli Bauer hier noch das Holz weg weil ich kann noch ein bisschen nehmen und ich bin jetzt voll ich kann nichts mehr nehmen hat noch jemand ist die Kohle übrig ja da muss ich aber nicht mehr wo er hat noch ein bisschen Prozent Poli üblich lieb sagt man schon mal Prozent Prozent 1 ist man zwei Arten den Kühler schieben als erlaubt man nicht so er soll redet aber die sich halt so bürger okay er ist nicht mehr nehmen das war ein Volk oder 1 2 8 dann kommen Punkt Prozent 6 5 6 5 Punkt Punkt 2 2 1 Boah, das muss ich aber in der Aufnahme, gell? Also hier, b, 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 b Punkt 1, ja, ja, ja Jetzt, Jan, ist klappe Punkt 1, 8, 8, dann auf verbinden Hat noch jemand Steine? Ja Alter, was schlägst du mich? Nicht Ja, cool Hier vorne liegen genug Steine Der liegt ein Wasserein mit dem will ich Keine Schkappel, ich brauch normale Steine Nein, freue mich, weil wir da sind Ich hab welche, so nicht so gut Oh, ich lebe nochmal Ah, ich lebe nur, ich lebe Ja, ja, ich lebe jetzt Ja, Mann, ich bin dabei, ich bin ein Milchsluck Ich bin Bela Poulon Kommt, der hier hier in der Kiste wahren Hier ist noch eine Kiste, die sich jetzt vielleicht auch keine Niemöche Lukas Durst, der Bist du nur platz für das Holz hier Nö Ok, durch fünf ist das ist mir abbauen und ich bin ich war nicht so ein holz das ist nicht so gut das ist ja nicht so viel du bist du schon der Grundgeräusche aber nicht mehr aber noch steaks als der Koffer aus dem bei uns war heute erste Schultag haben wird nämlich weißt du die die und Lukas im Tag ganz ehrlich aber nun können wir haben eine neue Mitschüler Lukas und ja Alter oder Worte davon können uns auch nichts kaufen das wurde eigentlich Lukas gehen wir bitte über die über die Tür was baut ihr eigentlich er wird die Tümer es wird bauen ab und Prozent laufend jetzt weg und dann wollen wir gehen Lukas durch so wie durch doch keine Grundgeräusche ja kommen Warte hier die Zeugnung jetzt sind wir Alter Bezis weil sie sind wir wollen werden wir haben es komplett neue Welt und wir wollen umziehen nicht komplett neue wir haben die Ereignisse gespielt wir wollen sie sind 2.1 die uns vom 2 die Blödsinn ja ich hätte sie ja noch zusammen das haben wir schon gespielt haben hallo ich bin ja meine kleine Samen ich habe noch mehr der Stimmungen und müssen mehr die Mann vorher der Begründung alles klar soll ich 64 der recht kann ich wegschmeißen wir brauchen nicht mehr wie 64 und hat jemand aufsteckt so gut kann das irgendjemand nehmen und erhebt sich die Bäume Montag okay das war ich nicht die Folge der Bühne in welche Richtung wo es soll mir gehen den Mann ein paar Worte in die Lukas Lukas ist neu Worte aber die Worte um ich muss mal schnell Cut machen ja ich gut zu Cut Wartet mal kurz ok also Lukas ich glaube mal irgendwas Lukas ich nehm nicht auf wer es macht das wird auch machen ich lache jetzt so wenn jetzt der ton weg ist jonas nimmt auf jonas guck lieber noch mal nein spaß okay ein kurzer cut nee spaß ich habe ja ein erde warum er hat den bus dass man mit stöcken und mit mit zum beispiel das machen kann was er die dinge an kopfhörten zum büchlein zacken ja ich kann uns die ob die spitzhacke machen als jetzt let's go da habe ich auch mit hacken falls jemand braucht will ich auch jetzt einfach mir hinterher los jetzt lukas das brauchst du eine schaufel ich hoffe ich habe drei ich habe eine 3 eisen schaufeln über meine ich habe bessere qualität gut gut qualität gut qualität und was geht einfach in die richtung sagen wir warte mal nach links nach links nach links links ihr kam geradeaus im dschungel und mehr paar paar dings mitnehmen also jetzt habe ich wie lange haben wir jetzt ja das war meins immer noch ja menschen lang nicht mehr gespielt also wir können das war nicht weit ist immer noch drin damit ist jetzt heute töten 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 bewegungsanimationen haben zwei drühe du meinst du hast ein städter drin war kakaobohnen weil wir haben ja noch keine wo das was er gemacht der schritt passt auf mich er war so schnell warum doch hier nicht anders sind weil ich cool bin scheiße wenn ihr davon geronimo richtig ach gut ich nicht schwein ich klatsche einfach durch den dschungel als gäbe es kein morgen ich bin vor dir aha ich habe eine türen im inventar ach shit ja die habe ich weggeschmissen ja die habe ich weggeschmissen ach so dschungel oder schneebiom schneebiom dann komme ich hier weg hoch wo auch immer alter seid ihr schon weit komm hier nicht weg so ja ich bin ich bin so es so es